weißt du was kannst du auch alleine das video drehen mach ich gar nicht mehr so leute was geht herzlich willkommen zu einem neuen youtube video auf jeden fall dachte ich mir heute warum drehen wir nicht wieder musik video zusammen weil ich habe ja mir ein musikler account erstellen hatte ich ja schon länger ein bisschen aber ich konnte das halt immer nie deswegen hat mir das keinen spaß gemacht jetzt mittlerweile habe ich das bisschen gelernt für die die mich noch nicht auf musikler haben einmal unten in die beschreibung gucken ist dort naja okay nicht verlinkt aber hingeschrieben und ich würde sagen ich und meine kleine schwester suchen uns wieder ein paar musiklis raus und fangen an wir sitzen ein bisschen nach vorne bist du siehst du kommst irgendwie so komisch rüber ok mit welchen musikli wollen wir anfangen ja such dir jemand aus ja mach irgendwas kannst du mal vernünftig reden ja rede ich doch okay geh doch auf dein account ja aber die haben wir doch schon so hast du keine privaten oder was ja dann guck dann mach doch ja auch wenn du das ja okay ja wenn du es überhaupt kann ja ist das auch egal also komm hän 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 satt hän hän sa hän 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 Mach mal richtig. Hab ich doch. Nochmal, du kannst das nicht. Wenn ein anderes Leben ist, ist es ein bisschen schwer. Warte, soll ich mal Kamera kurz stoppen? Was bist du ganz so fies zu mir überhaupt? Schade. Miss, lass es doch. Ist doch egal. Aber warum bist du so zu mir? Bin ich nicht. Ich bin doch ganz normal. Aber du hast noch nie zu mir gesagt, als du die Musikis gemacht hast. Was? Ja, okay. Das. Warte, ich beginne das Video nochmal neu, okay? Nein. Du warst ganz sehr fies zu mir. Ja, lass es. Ich beginne das kurz neu, okay? Nein. Okay, warte kurz, Sabri. Wir starten das jetzt. Hast du jetzt angemacht? Sabri, was bist du so fies kannst du jetzt zu mir? Ja, Junis, lern das doch mal erstmal. Lern. Lern Musical.ly. Ja, aber okay. Lösch deinen Account. Stopp. Lösch deinen Account. Und mach erstmal lieber private Musical.lys. Damit du es erstmal richtig lernst. Und nicht da so. Ja, das macht mir doch auch Spaß. Ja, Junis, du musst es aber richtig können. Dann macht es dir erst recht richtig Spaß. Jetzt nicht so wie du. Warum bist du so fies jetzt zu mir? Also, du warst noch nie so zu mir. Ja, Junis, weil du es mal lernen musst. Ja, okay, wir probieren das nochmal. Ja. Okay, komm. Ja, dann mach es aber auch richtig. Ja. Sonst lösche ich, sonst hack ich dich. Kannst du dann. Klar. Ja, okay, komm. Auch wenn ich das mal anfühle, weiß ich nicht, wie das geht. Also, wir müssen erst mal rüben. Was war dran? Habe ich doch richtig gemacht. Du machst so. Ja, wie sonst? Mach mal so. So. Ja. Also. Was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Dann machen wir Pause. Okay, gut. Mach jetzt. Junis, du kannst es nicht. Guck dir das mal an, was du da machst. Kannst du mal ein bisschen netter zu mir sein? Und kannst du nicht so fies zu mir sein? Junis, dann lern es einfach. Das ist doch gar nicht. Es nervt, wenn du immer so. Ja, aber kannst du ein bisschen nett sein? Das ist doch gar kein fürwichtiges Video. Ja, Pech. Wenn du ganz so fies zu mir bist. Ja, Junis, dann mach es doch erst mal richtig. Guck mal, guck mal. Warum machst du mich ganz sehr drunter? Weißt du was? Du kannst es auch alleine als Video drehen. Mach ich gar nichts mehr mit dir. Junis! Was willst du? Drehst das Video weiter. Nö, Willi, ich dreh mit dir nichts mehr. Wieso? Weil ich nichts mehr mit dir drehen möchte. Du brauchst auch gar nicht so zu grinsen jetzt. Du beleidest mich erst mal. Und dann grinst du mich an. Ja, Junis. Ich möchte mit dir nichts mehr drehen. Doch. Jetzt kannst du raus aus meinem Zimmer gehen. Nein, Junis. Doch, geh raus. Nein, Junis. Du drehst das jetzt weiter. Möchte ich nicht. Doch. Ja, warum bist du jetzt mal so nett zu mir? Nee, Junis, wenn wir das anfangen, dann müssen wir es doch zu Ende drehen. Nein, Junis, rauf. Nein, Junis, rauf. Kannst du raus aus meinem Zimmer gehen? Nein. Ja, mach ich die Kamera hinten aus. Nein. Doch. Nein. Hast du Pesch gehabt? Nein, Junis. Junis, das ist doch nur ein Freund. So, jetzt kannst du auch das Ende machen. Wieso? Darum. So, Leute, das war's von meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch. Natürlich war das nur ein Prank, aber... Fieser Prank. Ja. Sehr fieser Prank. Ja, ja. Nein, ich weiß nicht. Kriegst du was da bei ihm? Das kriegst du sowas von zurück. Nein. Warte ab, dass wir dich so fies zurück machen da auch. Warte ab, warte ab. Nein. Ich verspreche es euch. Ich verspreche es euch.